Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Das hat das norwegische Nobelkomitee in Oslo bekannt gegeben. Die Organisation werde für ihren Einsatz im Kampf gegen den Hunger in der Welt gewürdigt, erklärte die Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees. Das Welternährungsprogramm sei eine entscheidende Kraft bei den Bemühungen, Frieden in Konfliktregionen zu schaffen. Die Verleihung des Friedensnobelpreises findet am 10. Dezember statt. Die Auszeichnung gilt als eine der renommiertesten weltweit. Es ist der einzige Preis, der nicht von der schwedischen Jury, sondern vom norwegischen Nobelkomitee vergeben wird. Fragen dazu an unseren Skandinavien-Korrespondenten Christian Stichler. Das Welternährungsprogramm also, galt die Organisation denn auch als Favorit auf der nominierten Liste? Naja, also die Einrichtungen der Vereinten Nationen sind immer sozusagen unter den Kandidaten. Da gehört das Welternährungsprogramm auf jeden Fall dazu. Aber ich glaube, es waren in der Tat in diesem Jahr mit Greta Thunberg möglicherweise auch andere prominentere Namen ganz oben auf der Liste. Aber ich glaube, dass es ein verdienter Preisträger ist in diesem Jahr, weil der Hunger in der Welt, das hat auch das Nobelkomitee heute nochmal deutlich gemacht, nach wie vor eines der ganz großen Menschheitsprobleme ist, obwohl es ja eigentlich genug zu essen auf unserer Erde gibt. Ist das dann auch die Begründung des Nobelkomitees für die Entscheidung? Ja, so in etwa. Das Nobelkomitee hat ganz deutlich gemacht, dass internationale Solidarität und multilaterale Zusammenarbeit in diesen Zeiten wichtiger ist denn je. Man denke eben auch an die Corona-Pandemie, die übrigens auch den Hunger in der Welt verschärft hat, weil viele Hilfslieferungen nicht mehr vor Ort ankommen können und auch Konflikte sozusagen weiter verschärft werden durch die Pandemie. Deshalb ist das auch ein Zeichen in schwierigen Zeiten. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen kümmert sich um rund 100 Millionen Menschen in 88 Ländern. Das ist also das größte Ernährungsprogramm weltweit. Und der Hunger ist ja nach wie vor vorhanden. Nach Schätzung der Vereinten Nationen sind es über 800 Millionen Menschen weltweit, die nicht genug zu essen haben. Und 135 Millionen Menschen leiden akuten Hunger. Das ist eine immense Zahl. Der Friedensnobelpreis ist ja nicht nur eine Würdigung. Es verbinden sich oft auch hohe Erwartungen damit. Das kann auch eine Bürde sein, oder? Das ist sicherlich bei vielen Auszeichnungen auch eine Bürde gewesen. Man denke nur an Barack Obama oder an die Auszeichnung 1993 für Arafat und Rabin, für den Friedensprozess im Nahen Osten. Da wissen wir, wo wir heute stehen. Aber natürlich, das Nobelkomitee will auch mit diesem Preis immer ein Augenmerk auf ein Problem legen und sozusagen diesen Preis als Ansporn verstehen, auch wenn am Ende ein Konflikt oder ein Problem wie jetzt der Hunger in der Welt natürlich nicht gelöst werden kann. Aber was das Nobelkomitee eben auch deutlich gemacht hat, dass der Hunger auch eben ein Grund für Konflikte in aller Welt ist, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, und dass auch Kriegsparteien, Konfliktparteien den Hunger ganz gezielt ausnutzen. Und deshalb ist es gerade in diesen Zeiten aus Sicht des Komitees wichtig, auf dieses Problem aufmerksam zu machen, auch wenn die natürlich wissen, dass dieser Preis das Problem nicht lösen wird. Am 10. Dezember soll ja dann die Übergabe stattfinden. Kann man was dazu sagen, wie die Verleihung der Nobelpreise, also die Übergabe in Pandemiezeiten eigentlich vonstatten gehen soll oder kann? Natürlich sind natürlich alle größeren Feierlichkeiten hier in Skandinavien, das spricht in Oslo für den Friedensnobelpreis und auch in Stockholm für die anderen Nobelpreise abgesagt worden. Es wird keine großen Konzerte, keine festlichen Übergaben geben. Beim Friedensnobelpreis ist es so, dass das norwegische Nobelkomitee eine kleinere Veranstaltung in der Aula der Universität von Oslo plant. Normalerweise findet das im großen Rahmen im Saal des Rathauses statt. Ob Vertreter der Vereinten Nationen, sprich des Welternährungsprogramms, dann auch vor Ort sein werden können, das ist eben auch noch offen. Die Zentrale sitzt ja in Rom und im Augenblick sind die Reisebeschränkungen deutlich. Das wissen wir noch nicht genau, aber es ist eine Feierlichkeit dort im kleinen Rahmen geplant. Und das meiste wird aber in diesem Jahr digital stattfinden. Danke. Christian Stichler in Stockholm. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020